Jo, hier sind wir wieder. Vor zwei Jahren hieß es, der Radschlägermarkt geht dem Ende zu. Aber wie aus einem Phönix aus der Asche ist er wieder entstanden. Ich bin heute mal nach zwei Jahren Ruhezeit hier wieder vorbeigegangen. Ich hätte viel kaufen können. Vielleicht Sie auch. Vielleicht sollten Sie auch mal hier vorbeischauen. Denn der Radschlägermarkt blüht wieder auf. Sommer wie Winter. Ich konnte einfach nicht anders. Dieses Mikrokassettenradio. Grüße übrigens nach Dillenburg, Grüße nach Bayern und Grüße nach Dachln. Wir sehen uns, wenn wir das Ding ausprobieren zu Hause. Schauen Sie einfach selber rum. Hier gibt es einiges zu gucken. Wie wir sehen, ist hier sehr viel Zeug. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich gehe noch ein bisschen gucken. Und gleich gibt es Mittag. Tschüss bis neulich. Ja, ich melde mich noch mal kurz. Einer der schönsten Stände, einer der schönsten Märkte. Jeden Monat, jedes zweite Wochenende hier in Düsseldorf. Natürlich auch nicht nur Radio, sondern solche schönen Sachen können Sie natürlich auch hier sehen. Ja, und schauen Sie nur hier. Hier unten auch. Wunderbare Klamotten. Schöne Sachen. Auch solche Sachen sieht man hier natürlich. Ich will sehen, dass wir uns irgendwann noch mal wiedersehen hier. Aber gehen Sie mal ruhig hin. Jeden Monat. Sie werden fündig werden. Wir sehen uns wieder, wenn ich zu Hause bin. In alter Frische. Bleiben Sie sicher. Tschüss. 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 Vielen Dank.